Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, folgendem Tag und mit Samstag sind es sieben Tage, eine Woche lang. Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zur heutigen Musikstunde. Wir spielen das Lied Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, folgendem Tag und mit Samstag sind es sieben Tage, eine Woche lang. Das Lied ist die Tonleiter von C bis C in der rechten und in der linken Hand, beide gleichzeitig gespielt. Ladet euch die Noten herunter oder spielt auswendig mit und kommt her an die Tasten. Die rechte Hand liegt mit dem Daumen auf dem C als Sonntag, Montag, dann geht der Daumen drunter durch aufs F, G, A, H, C und dann geht es wieder abwärts. C, A, A, G, F, dritter Finger geht rüber, C, D, C. Also bei der Tonleiter aufwärts geht nach dem dritten Finger der Daumen drunter durch, aufwärts und abwärts spielen wir alle fünf Tasten, dann geht der dritte Finger drüber. In der rechten Hand ist es spiegelbildlich genauso, wir beginnen mit dem Daumen auf dem C, A, A, jetzt drunter durch, E, D und ein langes C. Dann geht es aufwärts, wir spielen alle fünf Finger ab, der Reihe nach, jetzt geht der dritte drüber aufs A. Jetzt legen wir beide Daumen auf das C und wir spielen jeden Ton zweimal. C, der zweite Finger, der dritte, mit beiden Daumen drunter durch. Langes C und wir beginnen wieder mit zwei C. Beide Mittelfinger drüber. Und dann solltest du wieder mit beiden Daumen auf dem C rauskommen. Das Schöne bei der Tonleiter in Gegenbewegung ist, dass die Finger immer gleich sind, ob rechte oder linke Hand. Also Sonntag, Montag, Dienstag, beide drunter durch, Mittwoch, Donnerstag, ich könnte auch spielen, Donnerstag, Freitag, Folgendal. Jetzt beginnt es wieder mit dem C und mit Samstag sind es sieben Tage drüber, eine Woche lang. Das war die C-Dur Tonleiter in Gegenbewegung, gespielt mit dem Lied Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch. Ich sage für heute Tschüss, bis zur nächsten Musikstunde.